Hallo zusammen, TJ hier. Ich fliege morgen nach den USA. Ja, ich bin ein bisschen zufrieden, zu meiner Familie zu sehen, meinen Freunden zu sehen, aber ich bin auch treuig von dieser Saison und wir haben uns nicht gesehen, die Fans nicht gesehen, die ganze Zeit keine Zuschauer und ja, für uns war es nicht die beste Leistung dieser Saison. Es war eine schwere Saison. Wir haben am Ende nicht einen Weg gefunden, um die Playoffs zu erreichen, aber für uns war es eine schwere Saison, mit der Mentalität und ja, ohne Zuschauer und nichts anderes zu machen, aber ich bin stolz auf die Jungs, dass wir haben immer gekämpft und es waren viele knappe Spiele und ja, am Ende haben wir nicht genug gewonnen und ja, ich bin nicht zufrieden mit das und ja, ich habe vorher auf Magenta TV gesagt, ich habe nicht gedenkt, dass im Mai wir spielen wieder ohne Zuschauer. So, ja, das war, das war ein bisschen schade und ich vermisse alle Fans, ich vermisse die Atmosphäre, ich vermisse die Energie in die Halle und das ist nicht normal und ja, ich hoffe, alles ist gut bei euch, bei allen und alle sind gesund und wir können bald ein normales Leben haben und ja, ich hoffe, wir können uns wiedersehen und ich wünsche allen einen schönen Sommer und alle können immer auf Instagram und Facebook ein Nachricht zu mir senden und ich würde antworten. So, mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.